Ja, bisherige Bilanz ist eigentlich jetzt sehr zufriedenstellend. Das Match ist eigentlich gut gelaufen und sind sehr versachmassen Training umgesetzt worden. Ein paar Kleinigkeiten haben wir jetzt noch nachgesprochen und ich bin aber auch zuversichtlich, dass das jetzt im nächsten Match noch besser wird. Wen siehst du aus den größten GegnerInnen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Raster gar nicht so genau angeschaut, wer da jetzt auf uns zukommt. Bis jetzt aber einmal die Nummer 1, die HS Patricia, die würde aber erst im Finale auf uns zukommen, das weiß ich. Und ansonsten spielen wir eigentlich Match für Match und schauen, dass wir unsere offeneßen Training umsetzen.